So, wir sind nun wieder im Geschäft! Was denn es wurde? Ich hab mal geguckt, es gibt ein Achievement. Das soll man an die Tür... All diese Co-Worker waren weg. Was könnte es sein? Stanley hat entschieden, zu gehen in die Gespräche. Vielleicht hätte er einfach ein Memo gefehlt. Ja. Okay. Jetzt soll man an die Tür 430 mal klopfen und dann kriegt man ein Achievement. Ich will mal gucken. Das war doch 430. Oh, bitte. Ist das wirklich nur für die Achievement? Ja. Klick die Tür 5x. Ist das alles, was du denkst, ein Achievement ist? Nein, 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 nein. Ich kann nicht nur diese Mehrheiten geben, für so wenig Effort. Eine measly 5 Klicks. Jetzt sagst du, dass du die Tür 20x klickst. Ich würde sagen, das ist das Kind der Effort, das Rekognition warnt. Das finde ich okay. Hm. Ich muss sagen, ich fühle mich noch nicht die Satisfaktion, dass ich die richtige Effort für eine noble cause fühle. Vielleicht 50 Klicks wird es. Ja, wahrscheinlich 50 Klicks. Ja, wahrscheinlich 50 Klicks. Ich will, dass diese Achievement etwas bedeutet. Es muss ein wahrer Reward für einen valianten Effort sein. Ich will ein paar Hustle sehen, Stanley. Ich will ein Kompetenz sehen. Eine Willenheit, um alles zu gehen, egal was die Kosten. Was? Was? 417? Jawohl, ja. 420, 1, 2, 3. Ich will das nicht. Was? W-a-w-a-w-a-w-a. 417. Was? 417. Das ist ja. Warum? Wir machen das nicht? 4... Exzellend! Ich denke, wir kommen irgendwo. Jetzt Tür 415. Gib uns 10 Klicks oder so. Jetzt zurück zu Tür 437. Ich will doch los und verdammt, das ist schiebend! Verdammt, was wollen die hier für ein Verdammt? Auf einen Kopierer! Warum? Was? Ich kann nicht klettern. Ja! Das ist großartig! Du setzt alles auf die Linie, Stanley. Ich mag das. Alles klar, wir halten es. Gib mir ein paar Klicks auf Tür 416. Wir haben fast es geschafft! Jetzt die Kopierer, mach das wieder! Wow, das ist wirklich... Ich liebe dieses Spiel! Es ist großartig! Es ist einfach genial! Finish es auf, Stanley! 5 Klicks auf Tür 430! Verdammt doch mal! 1, 2, 3, 4, verdammt doch mal und 5! Ja! Wir haben es geschafft! Oh, wow! Das war unglaublich! Oh, du hast wirklich gewonnen, Stanley! Nichts könnte dich zurückholen. Ich bin sehr stolz, wie weit wir heute gekommen sind. Ich denke, nur ein paar Minuten vorhin, du glaubst, dass ein Achievement war 5 kleine Klicks. Wirklich, jetzt. Was warst du denn? Was war das? Ich denke, nicht möglich. Ich denke, hier wäre es geschafft! Isch ... Habt ihr das Achievement oben links gesehen? Toll... Schön, jetzt haben wir das auch geschafft! Und es sind nur... Gar fünf Minuten vergangen. Ich hab das erschieb, man. Ach, halt die Klappe. Klar, nur um ihn zu bewundern. Warum nicht? Nur um ihn zu bewundern. Pausenraum. Da, der Pausenraum. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, das ist schon wert, das würde ich nur sagen. Ich würde das hier gern wegmachen. Ich würde gerne wegmachen. Was? Gegen Kunden? Okay, dann sind das sehr seltsame Leute. Ich bin doch nett. Und ich bin jetzt eine Minute. Stanley sat around waiting for more dialogue. Aber wenn ein langer Zeit lang und es nicht mehr gab, hat er entschieden, dass das Spiel versucht, ihm eine Nachricht zu senden. Ja? Wie? Ich guck da jetzt einfach hin. Kommt jetzt gleich jemand und holt mich ab? Wer das Spiel mir eine Nachricht mitteilen will? Es ist schön hier. Es ist wirklich atemberaubend. Jetzt wird es wahrscheinlich eine ganze Zeit kein Dialog mehr kommen. Und dann wird man mich ja schießen oder so. Keine Ahnung, ich weiß auch was. Gut, jetzt will ich aber auch nicht unendlich lange warten. Auch wenn es eigentlich cool wäre. Weil ich weiß, irgendwas passiert noch. Und ich kann meine Füße nicht sehen. Und meinen Körper. Ja, ja, so ist das. Kaffee gibt es ohne. Ich kann Beinsen anklicken. Es kommt immer wieder. Als würde ich auf eine Schreibmaschine tippen. Na gut, dann bin ich jetzt hier raus. Tschüss, Pausenraum. Du bist wirklich eine Pausenwürdig. Auch wenn die Kaffeemaschine nicht mehr angeschlossen ist. Aber egal. Was? Weg zu Business? Aber es ist doch... Was? Nee, doch. Gut. Na gut. Komm. Und so hat er durch die Schreibmaschine durch die Schreibmaschine geschaut. Er schloss direkt an die andere Tür. Und ging zurück auf den Weg. Der Wartungsraum. Kann ich das nicht ausdrücken? Nee. Och. Nein! Nein! Nicht! Ich wollte doch noch schnell rausgekommen. Gut. Ja... Das war der Wartungsraum. Das hat mich halt ein bisschen... Mitgerissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Stanley wollte nicht zurück nach dem Eingang gehen. Er wollte überwachsen und sogar weiter aus dem Weg gehen. Also in der Lage zu zurückkommen, sollte er ... ähm... ... äh ... ... äh ... ... von hier ... ... es ist ähm ... ... links. Oh nein, nein, es ist auf der Reise mein Fehler. Bitte verarsch mich jetzt hier nicht. Bitte verarsch mich... Nein, 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 nicht auf der Reise. Warum hätte ich immer gesagt, es war auf der Reise? Was war ich da? Es ist klar... Oh, dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Sicher? Sicher? Ich würde sagen, nein. Nein, 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 nein. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay, 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 we just, we just had to go back to, um, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Feiert. Da ist einer gefeiert. Ach, nochmal vom Anfang. Komm. Ich, es ist einfach geil. Ja, ich weiß. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Was er jetzt gesagt hat, mache ich jetzt mal alles das, was er will, was ich mache. Wisst ihr das? Also, einfach mal, ja. Was? Wait, wait, what? Was? No, no, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or, uh... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Okay, I can't run. I can't run. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we just... Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Nein! Ich bin doch grad losgegangen. Jetzt starten wir das Spiel eben nochmal. Hat sich was verändert? All of his co-workers were gone. What could it mean? Ich könnte ich... Stanley decided to go to the meeting room. Ja. Nein, großartig. Haben wir halt das verpasst? War das schon immer so? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Nein! 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 Okay, let's head back the other way and retrace our steps! Wissenschaftler, das kann gar nicht möglich sein. Nein, das ist doch gar nicht auch! Was zum Geier? Warum? Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. Also, I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Hmm. Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what you were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Großartig! Der Spiel wird immer kaputter, und ich hab gewonnen! Aber dann hat er es zurückgezogen. Bitte? Bitte? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? No, no, I'm down. Okay, we're leaving it up to the line from now on. Okay, wir lassen jetzt die Leine machen, äh, die Linie machen. Das ist toll. Folge der Fleckspur. Hehehe, nur Insider wissen. Ja. Nur Insider wissen, was ich meine. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or, to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is, in fact, a by-product of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa, 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 whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Have I already said how great I find this game? I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. Ich muss gar nichts mehr zu dem Spiel sagen, es ist einfach nur großartig! Es ist wirklich ein Kanier-Spiel! Es ist wirklich ein tolles Spiel! Es ist... Es passt so! Ein gutes Spiel! Äh... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 und remember it carefully. You won't want to miss anything. Dieser Fahren wird später, dann kann ich noch sehr wichtig sein. Es ist ein Fahren. Es ist ein Fahren. Okay. Kann ich weiter? Es ist ein Fahren. Ja, ja, es ist toll. Es ist ein Fahren. Ich will die Musik wiederhaben. Die Musik hat er da ist. Oh, we're back at the office. No, no, no. Line, you don't know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Hä? Hä? Aber da sind wir doch... Warte. Wir sind von da gekommen? Ich bin zurück in meinem Büro. Setz mich jetzt hier hin. Oh, no, 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 not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Restart!